Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal von Bear and the Bee. Ich bin der Bear und wir spielen The Walking Dead 400 Days. Diese, ich sag jetzt mal, Füller-Season-Episode zwischen Season 1 und Season 2. Also, wir haben in der ersten Episode unseren Kumpel, jetzt muss ich nachschauen, wie er hieß, Vince befreit, der im Knast gelandet war. Und er ist tatsächlich mit einem Kumpel oder mit einem Mithäftling im Fleucht, ja, letzten Endes. Und, ja, würde ich vorschlagen, machen wir als nächstes diesen Drunk-Verschnitt, den Wyatt und starten mal. Mal schauen, welche Geschichte er so hat. Okay, Tag 41. Wow, okay, die haben auch ein Thema. Ja, komm, geh her. Ne, er wuchtelt auch mit drum. Mein Gott. Ich sehe nichts. Das würde ich halt gar nicht machen. Da fährst du denen doch in dümmsten Falle in die, ah, voll entgegen. Ja. 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 Ich werde deine Augen schreven. Das war's. Ich weiß nicht, wie ich meine Scheiße mache. Du denkst, dass wir in der Flüge sind? Nicht bis wir uns aus dieser Flüge kommen. Ist das ein Puh? Nein. Wann hast du angefangen zu machen? Ich habe gesagt, nein, Idiot. Ich weiß. Nein? Gut, wir kommen hier aus. Bitte nicht mehr zu sprechen. Wir schauen, ob es noch etwas in der Flüge ist. Ich sehe nichts. Ich sehe es da. Ich sehe es nicht. Ich sehe das, was du verletzt hast, die du vorhin verletzt hast. Oh mein Gott, wirklich? Ja wirklich? Aber ist es kein Weed? Du weißt, eine Zeit, ich gehe mit einer Frau, Abigail. Sie hat mir gesagt, wenn sie fünf Jahre alt war, sie hat sie in der Kürküse genommen. Mann, einfach zuhören. Ich liebe dich. Okay. Shit! Nein! Ich glaube schon. Okay, ich hätte es jetzt tatsächlich etwas anders formuliert. Besser gefunden. Okay. Mann, Mann, nicht die Böse, die Böse. Ich kann es nicht durch die Kürküse sehen. Schau, es ist gut. Siehst du? Ja, aber man hätte auch einfach die Tür aufmachen können. Was ist das, Broken inside your mirror? Ist das die Schild von dem Auto? Ich kann es nicht aus hier wissen. Du denkst, das Blut auf der Windschild ist frisch? Es ist Teil der Kürt, ich denke. Ja, aber viele tot Leute haben Kürt auf. Sie haben Kürt auf. Was ist das, der Weg in der Straße? Mann, nicht auf dich selbst. Das ist ernsthaft. Ich war es nicht. Alles klar, Mann. Hör auf. Ja, es hätte ja sein können, dass irgendetwas hinter uns ist. Mann, ich sehe wirklich nichts. Das Blut für dich sieht. Ja, aber es ist ein bisschen scherz. Ja, aber es ist ein bisschen scherz. Ja. Verdammt. Geräusch? Du denkst, dass ein Stück von diesem Mann es in die Kürtkopf gemacht hat? Mann, ich weiß nicht. Schau. Wyatt. Es war ein Mann. Mann, du bist sicher? Ja. Ja. Wie sicher? Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher. Ich nehme die Prostitut. Ja. Jesus. Also, was machen wir? Was bedeutet, was machen wir? Wir gehen da raus. Nein. Es ist kein Weg, dass ich aus dem Auto rausgekommen bin. Vergiss es. Was, wenn das du war, Mann? Nach dem ganzen Scheiß, was passiert in den letzten paar Monaten. Wo ist dein Kürtkopf? Mann, Mann. Komm, Mann. Das ist scherz. Wir gehen da raus. Wir schauen. Wir gehen da raus. Wir gehen da raus. Du gehst, wenn du willst. Du willst? Warum? Ich will? Ich will... Ich will... Wir müssen. Das ist alles. Wir gehen da raus. Wir gehen da raus. Ich will... Wir gehen da raus. Wir gehen da raus. Das ist alles. Das ist alles. Wir gehen da raus. Du bereit? Man, ich kann nicht, dass ich das hier mache. Mann, zwei Sekunden ist es vorbei. Okay, zwei aus drei, richtig? Sure. One, two, three, go. Okay. Alright. One, two, three, go. Ich wusste, du wählst rock. Du immer wählst rock, Mann. Das ist dumm. Das ist dumm. Okay, ich habe das. Warte, Mann. Okay, Mann. Shoot. Ich weiß, ob wir das nicht verliebt haben. Ich bin ein, Mann. Du musst niederrücken, Mann! Das Ding ist verbreitet. Ich kann das nicht nehmen? Nein, Mann! Oh, hört ihr das? Was ist so lange dauert? Es wäre ein großartiger Backpack, wenn du mir erzählst, ob dein Ehrer war oder nicht. Ich glaube, ich werde einfach mit mir sprechen, weil das Sinn macht. Ja, nicht. Er läuft aber auch schon so wie Falschgeld, Himmel. Na, da drüben ist er doch. Ja, leider. Also von den Geräuschen her und von den... Woher bin ich jetzt? Warum schaue ich das Ding? Nichts gut ist am Ende. Hey, Mann! Du okay? Mann? Du musst mir antworten, Mann! Wenn du ein Mann bist, dann will ich dich nicht! Was ist das Ding? Bitte sag mal etwas, Herr. Shit! Are du okay? Sir? Kannst du mich hören? Man sieht, dass er ziemlich aus ist. Mann! Das ist ein Mann! Mann! Bitte, sei okay! Jawohl, das nützt total was. Jesus! Das ist schlecht. Okay, ähm... Ähm... Das war laut. Das war laut. Ah! Das war laut. Alles klar. Lass dich auf die Auto. Ah! Na, und die Lady da... Ey, will ja nichts sagen, ne? Aber, Mann, der hört doch die Schüsse. Der andere Kumpel. Der könnte doch jetzt einfach mal uns ein bisschen... Entgegen kommen. Als ob wir das nicht machen. Habe ich noch so viel Schuss? Habe ich noch so viel Schuss? Also, ich müsste eigentlich noch so viel Sch... Ah, hübsche! Einmal... Äh, 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 äh! Komm! Na komm, halt! So. Wir sind ja fast am Auto. So. Wir sind ja fast am Auto. Hä? Und... Der ist jetzt davon gefahren, ne? Top, Freund. You got a friend in me. Na, okay. Dann war das die Geschichte von Wyatt. Und... Boah, ist spannend. Dann würde ich vorschlagen... Ist der Bär raus? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ein Abo oder ein Kommi. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder so eine Kurzgeschichte gibt. Bis dann. Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao!